Opa! Opa! Ja! Was ist denn jetzt? Willst du jetzt eine Runde Panzer fahren oder nicht? Äh, warte! Ich komm! Da bin ich! So, Opa, und du bist dir ganz sicher, dass du das machen willst, ja? Ja, klar! Ich will das ausprobieren! Steuerung, du kannst dich noch an alles erinnern, ja? Ja, ja, jetzt geh weg! Lass mich in Ruhe jetzt mal hier spielen! Opa, aber denk bitte dran, du bist über 90, ja? Ja, also reg dich darüber jetzt bitte nicht so sehr auf, sondern spiel einfach, du hast es ja schon oft genug bei mir gesehen, okay? Ja, jetzt geh weg! Ich bin vielleicht alt, aber ich bin nicht blöd! Okay, gut! Viel Spaß! Äh, 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 Moment! Wo war er hier? Ich hab doch... Aua! Äh, ich hatte mir das aufgeschrieben! Moment! Äh, ich hab hier einen Zettel! Äh, Fernglas! Äh, mittler... mittlere Maustaste! Ah! Ah! Hehe! Ja! Okay! Okay, da steht auch keiner! Und wenn ich da sowas, äh, einnehmen möchte, dann muss ich da in den Kreis reinfahren! Da ist der Kreis! So! Aha! Also eins, liebe Leute, kann ich euch schon mal sagen! Früher war mehr Lametta! Früher war eindeutig mehr Lametta! Da war mehr... Hm? Da war mehr Bums dahinter! Was ist denn das? Hier ist ja gar nichts! Aua! Da vorne steht ja einer! Da! 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 Nicht getroffen! Weil weiterfahren! Oh, das ist so aber nicht gut. Opa, wie läuft's denn? Jungschen, ich hab gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Okay, okay, ich sag nichts mehr. Oh, oh. Aua. 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 Aua, das ist gemein. Opa, ich hab dir gesagt, du sollst aufpassen. Ja, ja. Der da, der da sieht schon viel mehr aus, wie der, den ich damals gefahren bin. Ja, Opa, du warst auch in Afrika und nicht in der Normandie. Doch, da war ich auch. So. Ich glaub, jetzt kann ich hier noch mal was machen, oder? Hier ist doch wieder dieser, dieser Kreis. Fahren wir da mal rein? Oh, oh. Ein T-34. Ein T-34. Opa, der gehört zu dir. Okay. Das war aber früher nicht so. Ja, früher ist auch nicht heute, Opa. Sei nicht so frech. Wo muss ich denn lang? Opa, drück erst mal die Taste mit den beiden Pfeilen da oben links. Was? Wo? Welche? Was? Na hier, die hier. Die hier. Ja, genau. Okay, und jetzt noch mal drücken. Okay. So. Was hab ich da jetzt gemacht? Wir haben nur geguckt, wie viele Gegner noch im Team drin sind. Fahr mal da runter, da wo das blaue Emblem gerade zurückgeht. Was ist das? Okay. Was ist das? Das ist das? Aua! Opa, du musst löschen. Löschen, Opa. Ja, ja! Ach, Opa. Der ist aber ganz schön schnell hier unterwegs. Ja, Opa, das ist auch ein Computerspiel. Da ist wieder so ein Kreis. Da fahr ich jetzt rein. So. Da steht ja einer. Jetzt steht er da nicht mehr. Ich versuche, den jetzt zu kriegen. Schauen wir mal. Oh Gott, dann das mit über 90. Naja. Aua, das ist gemein! Ja, Opa. Du standst aber auch eher bescheiden. Mano! Und jetzt! Ja, jetzt ist vorbei. Ich will nochmal! Ja! Afrika! Wie früher! Ja, Opa, wie früher. Oh Gott, das will. Lass mich jetzt! Ich hab dich eben gerade schon die ganze Zeit gelassen. Opa, du hast das mit dem Umgucken aber ganz schön raus. Jungchen, ich hab dir schon mal gesagt, ich bin alt, aber ich bin nicht blöd. Wie hat Oma das eigentlich so lange mit dir ausgehalten? Frag sie! Witzbold. Frag sie! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr gut Jetzt pass aber auf, dass da nicht gleich noch einer kommt Opa, ernsthaft? Lass mich! Aua! Aua, das tat weh! Ja, jetzt repariert ein Panzer Was bedeutet da die zwei da unten? Wo da unten? Da unten links! Guck doch hin, Mensch! Ja, dass du nur noch zwei Besatzungsmitglieder in deinem Panzer hast Kann ich denn überhaupt noch fahren? Ja Okay So, und zwar jetzt So, und zwar So, und zwar Zurückfahren Ja, Opa Aua Ja, Opa Wenn du da auch rumstehst Ich hab ihn doch getroffen Ja, aber Opa Selbst du solltest wissen Dass bei so wenig Panzerung Die Granate auch durchfliegt Ach, das gibt's ja auch Ja Ich hab ihn erwischt Sehr gut, Opa Wir haben's alle gesehen Mg-Feuer Ja Aua Auch den hab ich erwischt Klasse, Opa Ganz toll Aber die Panzer sind hier viel einfacher Zu steuern Als früher Opa, da rechts ist einer Siehst du den? Wo denn? Da Dreh dich mal nach rechts Weiter Weiter Stopp Wo denn? Das ist doch meiner Nein Nein, fahr mal geradeaus Und jetzt guckt mal nach links Da ist ein Stein Opa Fahr einfach mal geradeaus weiter Siehst du da oben die kleine Markierung? Ja Dann rauf da Ach, da Getroffen Kaputt Ja, Opa Das sind doch auch russische Panzer Was machen die denn in Afrika? Opa Nochmal Das ist ein Spiel Das ist nicht so wie früher Bei euch Wo denn? Wo denn? Opa Mach jetzt Keine Mätzchen Die Runde ist gleich vorbei Und Dein Team hat gewonnen Echt? Ja Okay Und dann ist aber auch gut für heute Aber warum? Ich hab Spaß da dran Ja, vielleicht darfst du dann Nochmal Irgendwann Zu einem anderen Zeitpunkt Okay? Na gut Gut Danke Aber hast du toll gemacht Danke So, das war jetzt die klitzekleine Premiere von Opa fährt Panzer Ähm Das war ja eher Schlecht als recht Zumindest im ersten Teil Wenn ihr Bock auf mehr Folgen habt Dann schreibt es mir entweder gerne unten in die Kommentare Oder lasst einen Daumen nach oben Da würde ich mich freuen Und natürlich gilt wie immer Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt Und in Sachen Warthunder hier nichts verpassen wollt Dann lasst mir gerne ein Abo da Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Wir sehen uns im nächsten Video wieder Vielleicht wieder mit Opa Bis dahin Macht's gut Euer Raibun